Wie ist die Performance bei Ihnen, bei euch beiden zu Beginn der heißen Phase der WM-Vorbereitung? Wir haben uns sehr gut vorbereitet. Wir sind auch verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen. Das ist das Wichtigste. Jetzt müssen wir natürlich alles daran setzen, dass wir uns einspielen am Start. Das klappt eigentlich immer sehr gut mit uns. Und dass wir uns die Bahnen schöner arbeiten und gerade runter fahren. Das läuft eigentlich soweit. Elne, wie sieht das bei Ihnen aus? Ja, also jetzt müssen wir erstmal, wir sind natürlich aufgeregt. Also ich bin sehr aufgeregt. Erste Weltcup-Saison. Und möchte natürlich alles geben. Ich freue mich schon riesig. Und die Vorbereitung war super. Und ich freue mich sehr, mit meiner Pilotin an den Start zu gehen. Stefanie, Sie sind da schon lange dabei. Und für Sie ist diese Saison eine ganz, ganz entscheidende Saison. Richtig, weil das ist das erste Jahr, wo diese wirklich sensationellen Pilotinnen wie Sandra Kiriasis und Kathleen Martini so ein bisschen Platz für uns machen. Und da wollen wir natürlich auch nachrutschen und Erfahrungen sammeln, inwieweit wir uns dann gut präsentieren. Das werden wir sehen. Elne, Sie sind ja praktisch ein Shooting-Style, wenn ich das so sagen darf. Wie sieht das denn bei Ihnen aus in dieser Saison? Ja, bis jetzt ist es sehr gut gewesen. Die Anschub-Tests waren bei mir gut. Man muss natürlich gucken, wie sich das hält über die Saison. Ich habe sehr gut trainiert, deswegen bin ich schon optimistisch. Aber endgültig entscheidet sich ja alles im Dezember. Und da muss man dann nochmal bis dahin richtig angreifen. Und danach natürlich erst recht. Wir gehen ja davon aus, dass Stefanie und Erlin beide gemeinsam starten. Stefanie, was zeichnet denn Erlin besonders aus? Also die Erlin, die hat ein unglaubliches Talent von Natur aus. Und jetzt trainiert sie natürlich auch noch ordentlich obendrauf. Und da legt die andauernd zu ohne Ende. Und dann ist das natürlich so ein positiver Mensch. Und wir stehen einfach am Start und freuen uns so sehr auf die Rennen. Und das macht einfach auch so viel aus. Erlin, was reichnet denn die Stefanie aus? Oh, so einiges. Also es ist wirklich, dass wir unglaublichen Spaß zusammen haben. Ich fahre so gerne mit Stefanie. Das ist wirklich einfach toll. Sie ist eine super Pilotin. Sie ist natürlich richtig anschubstark. Und wir freuen uns auf jedes Rennen. Und ich bin jetzt schon so glücklich, allein über das Selektionsrennen schon, dass wir hier zusammen fahren können. Und das ist einfach das Tolle. Und das ist einfach das Tolle.